Vom 14. bis 17. Juli 2017 hat am Bodensee die zweite Adventure Southside stattgefunden. Auf der Offroad und Survival-Messe gab es auch für Quad-Fans Interessantes zu bestaunen. Das Quadmania-Team präsentierte die aktuelle Cannon-Flotte mit dem brandneuen Maverick X3 Turbo. Außerdem wurde ein vielfältiges Angebot an Zubehör, Ausrüstung und Bekleidung gezeigt. Fazit, den Termin für die dritte Adventure Southside 13. bis 15. Juli 2018 sollte man sich schon mal in den Kalender eintragen.